Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die Silberprognose des Schweizer Bankiers Rüdiger Götz, denn der Schweizer glaubt, dass wir einen Silberpreis von bis zu 700 Dollar sehen werden. Rüdiger Götz erklärt unter anderem, warum ein Silberpreis von 700 Dollar durchaus realistisch sind und geht darauf ein, wie sich der Preis innerhalb des nächsten Jahres entwickeln könnte. Wenn ihr erfahren wollt, was der Schweizer Bankier im Detail sagte und warum sich eine Investition in Silber für euch lohnen könnte, dann bleibt bis zum Schluss dabei. Der Schweizer Bankier Rüdiger Götz erklärt in einem Interview, warum er es für möglich hält, dass Silber einen Preis von 700 Dollar pro Unze knacken wird. Dabei stützt er sich, wie er selbst sagt, auch auf die Goldprognosen von Edelmetallprofis. Denn sollten diese recht behalten und die Feinunze Gold tatsächlich auf bis zu 10.000 Dollar steigen, würde auch der Silberpreis massiv anziehen. Das natürliche Verhältnis von Gold und Silber sei laut Götz zwischen 15 und 20, ausgehend von 15 würde man daher bei einem Goldpreis von 10.000 Dollar auf 700 Euro pro Unze Silber kommen. Einen derartig hohen Goldpreis von bis zu 10.000 Dollar hält der Bankier für möglich. Er erklärte dazu folgendes. Zitat. Es ist ja immer eine Frage, wie viel ist die Menge an 10.000 Dollar tatsächlich wert im Vergleich zu dieser einen Unze. Und wenn es so viele Dollars gibt, die in irgendeiner Form Anlage suchen, dann wird es auch jemanden geben, der 10.000 Dollar von diesem wertlosen Papier für die eine Unze bezahlt. Und wenn jemand für Gold so viel bezahlt, dann bezahlt er auch einen kleinen Anteil für Silber. Zitat Ende. Neben der Geldmenge, die ausschlaggebend ist, betonte Götz noch einen weiteren Faktor, der für einen steigenden Silberpreis spricht, und das ist die Nachfrage aus der Industrie. Auch der Report vom Traders Board ergab, dass die Nachfrage für Silber deutlich steigen wird, da Silber für die Industrie eine große Bedeutung hat. Die Hälfte der jährlichen Nachfrage kommt aus der Industrie für die Herstellung von beispielsweise Smartphones, Autos, Solaranlagen oder auch für die Medizintechnik. Aber auch Kernkraftwerke, wovon in Frankreich gerade 14 neue gebaut werden, benötigen Silber, ebenso neue Windkraftwerke. Schon in 2021 stieg die weltweite Silbernachfrage um fast 20 Prozent, auf insgesamt 1,1 Milliarden Feinunzen, das sind umgerechnet rund 32.624 Tonnen. Pressebox.de schrieb hierzu folgendes. Zitat. Bei den physischen Silberinvestitionen wird für 2021 ein Sechsjahreshoch prognostiziert, so Philip Newman, Managing Director von Metal Focus. Dies entspricht einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Mit Blick auf die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Krisen geht Götz davon aus, dass der Silberpreis schon innerhalb des nächsten Jahres auf 30 Dollar pro Unze steigen wird. In diesem Zusammenhang betonte er auch, dass ein Silberkurs von unter 20 Dollar ein klares Kaufsignal sei. Und tatsächlich ist der Silberpreis Anfang Juli auf unter 20 Dollar pro Unze gesunken, aktuell liegt der Preis bei 18,45 Dollar. Damit verbuchte das Edelmetall seit dem Zwischenhoch Mitte April einen Kursverlust von 25 Prozent. Die Sorge vor einer globalen Rezession und damit einhergehend vor einem akuten möglicherweise länger anhaltenden Nachfragedämpfer bei allen Industriemetallen, ließ auch den Preis für Silber fallen. Dennoch gibt es genügend Gründe, warum man über eine Investition in Silber nachdenken und den günstigen Silberpreis nutzen sollte. Schauen wir uns einige dieser Gründe etwas genauer an. Erstens. Gold-Silber-Ratio ist auf einem Zwei-Jahres-Hoch. Und damit ist Silber beinahe schon ein Schnäppchen. Das Gold-Silber-Ratio zeigt das Verhältnis zwischen dem aktuellen Silber- und Goldpreis, das heißt wie viel Silberunzen benötigt werden um eine Unze Gold zu kaufen. Ein hohes Ratio deutet darauf hin, dass Silber im historischen Durchschnitt aktuell zu niedrig bewertet ist, oder Gold zu hoch. Je nachdem wie man es betrachten möchte. Aktuell liegt das Verhältnis bei 90, man benötigt also 90 Unzen Silber um eine Unze Gold zu kaufen. Der amerikanische Edelmetall-Experte Peter Schiff schrieb dazu folgendes. Zitat. Historisch gesehen übertrifft Silber bei einem derartigen Spread nicht nur Gold, sondern erlebt innerhalb kurzer Zeit einen massiven Anstieg. Seit Januar 2000 ist dies viermal geschehen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Zweitens. Steigende Inflationsraten. Bei den Inflationshöchstständen Anfang 1920 und Anfang 1980 in den USA wurden jeweils auch absolute Höchststände beim Silberpreis erreicht. Gleichzeitig war die Gold-Silber-Ratio auf die niedrigsten Jahrhundertwerte von jeweils 15 gefallen. Somit war Silber bei hoher Inflation relativ teuer. Damals waren nur 15 Unzen Silber für eine Unze Gold erforderlich. Zudem steigt Silber in inflationären Phasen erheblich stärker als Gold. Es könnte also sein, dass bei einer Ausweitung der Inflation und einem Anstieg des Goldpreises auf beispielsweise 3000 US-Dollar wir ein Ratio von 15 erleben, der Silberpreis würde dann ungefähr 200 US-Dollar betragen. Bei einem Ratio von 30 wären es immerhin noch 100 US-Dollar für eine Unze Silber. Und sollte es zukünftig wie von einigen Experten prognostiziert zu stark steigenden Inflationsraten oder sogar Hyperinflation kommen, dann kann der Silberpreis durchaus noch stärker ansteigen. Drittens. Ähnlichkeiten beim Blick in die Geschichte. Peter Schiff zeigte in diesem Zusammenhang einen äußerst interessanten Chart, den wir euch jetzt ebenfalls einblenden, und kommentierte das wie folgt. Zitat. Der Chart vergleicht den Silberpreis mit der Zeit, in der die US-Notenbank zuletzt die Zinsen gesenkt hatte. Die US-Notenbank begann damit im Juli 2007, bevor die Finanzkrise einsetzte. Mit den beiden Ausgangspunkten Juli 2007 und Januar 2020 ist die Übereinstimmung in der Anfangsphase sehr groß, wobei sich Silber diesmal in der späteren Konsolidierungsphase etwas besser hält. Die nächste große Bewegung kam etwa zweieinhalb Jahre später. Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnten wir weniger als sechs Monate von einer explosiven Aufwärtsbewegung entfernt sein. Zitat Ende. Viertens. Silber ist nur begrenzt verfügbar. Experten schätzen, dass das Silbervorkommen in 15 bis 20 Jahren verbraucht sein wird. Wir sollten hierbei beachten, dass dieser Zeitpunkt auch durch die höhere Nachfrage aufgrund der Entwicklung neuer Technologien durchaus eher erreicht werden könnte. Und was denkt ihr? Ist ein Silberpreis von 700 US-Dollar wie von dem Bankier Rüdiger Götz prognostiziert tatsächlich möglich? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience.